hallo freunde ich werde jetzt heute mein lego safe garantieren da ist geld drin so geht er aus ok der ist jetzt geschlossen und das hier ist auch gesichert kann man nicht bewegen und er geht jetzt so das muss jetzt klappen gesehen hier kann man das zwar immer noch nicht bewegen nur vorwärts deshalb haltet man jetzt hier hoch und das dreht man bis das nicht weiter geht dann lässt man das los öffnet man es das hier ist nur für sicherheit falls die beiden kaputt gehen und wo geht das aus oh da ist ein bisschen geld rausgefallen aber egal hier wie seid das ist der haupt und das hier ist die Shisa ja, das war's danke für das Anschauen